ja moin ich bin es wieder euer laguna 15 habe hier ein weiteres video aus der reihe schiffs und kapitänskillungen für euch solltet ihr kritik haben oder verbesserungsvorschläge für skillungen oder alternative skillungen haben für mich die ihr gerne das video sehen wollt lasst mich gerne in den kommentaren wissen sollte das video hilfreich für euch sein wäre es echt nice wenn ihr mir ein like und ein abo da lasst ansonsten bleibt mir nichts übrig als euch viel spaß mit diesem video zu wünschen so da wären wir bei meiner wunderschönen hakuju hier im hafen der philippinen so gehen wir mal direkt rein in den lachs munitionsverbrauchsmaterial bräuchte ich nicht zu zeigen das ist hier alles automatisch beim träger ich habe hier im ersten slot die luftgruppen modifikation 1 den flugmotor modifikation 1 die flugzeugtor pedo modifikation 1 die bomber modifikation 2 die flugüberwachungs modifikation 1 die flugüberwachungs modifikation 2 und dann gehen wir mal zum captain rüber da haben wir hier einmal in der ersten reihe die luftherrschaft den verbesserten motor boost den letzten atemzug die verbesserten motoren in der zweiten reihe in der den experten der überlebensfähigkeit die flugzeugpanzerung dann haben wir hier die visierstabilisierung und abschließend noch den tarnungsmeister das wäre meine hakuju ja ich hoffe dass euch die skillung oder dieser bild hilfreich sein kann ja wenn dem so ist lasst mir auch gerne ein abo und ein like da ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag haut rein eins